Hohe Frequenz, viele Fische, zack, 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 einen nach dem anderen rausziehen und am besten noch ein paar Trophys dabei machen, zeige ich dir in dem Video. Also raus mit den Brocken und mit welchem Fisch macht man die meisten Trophys? Mit dem ollen Rotauge natürlich. Und lohnt sich denn so ein Rotauge überhaupt? Macht es denn überhaupt Sinn, auf Rotaugen zu gehen? Kann man machen. Kann man tatsächlich machen. Rotaugen sind zwar ein wenig verschrien, aber Rotaugen sind von der Kohle her und auch in der Masse, die man sie halt fangen kann, gar nicht so schlecht. Von daher einfach mal ran an so einen Rotaugen-Spot und testen. Ich stehe jetzt hier gerade am Wolchhof mit Level 20, kann man ja hier hin. Und man kann eben mit ganz feinem Standard-Setup, das heißt du könntest dich hier mit dem normalen Feeder-Set Start hinstellen und hättest durchaus eben die Chance hier schön einen nach dem anderen rauszuziehen. Futterkorb dran, Futter-Mischereien für Rotaugen, die kann wahrscheinlich auch jeder schon herstellen. Und dann einfach gib ihm. Ganz kurzer Blick schon mal in den Kescher. So ist jetzt hier gerade der Stand der Dinge. Ich habe gerade ein bisschen rumprobiert, auch ein bisschen verschiedene Köder noch getestet. Und jetzt so langsam pendle ich mich so auf zwei Köder ein. Bin mir noch nicht so ganz sicher, welcher besser läuft. Ich schwabere so gerade hin und her und schwanke zwischen der Steinfliegenlarve und der Eintagsfliegenlarve. Die beiden laufen echt gut. Futter-Mische müsste ich gleich nochmal ein bisschen nachlegen. Und dann raus damit. Und wo stehe ich hier? Einer der wichtigen Spots übrigens auch für alle, die die Z-Fische suchen. Also Zobel, Zerte und Zope. Das sind die drei Z-Fische. Z-Fische übelst ergiebig. Wenn ihr da einfach mal zwischendurch Bock habt, hier vielleicht mal auf einem kleinen Zwölferhaken zum Beispiel auch hier hinwerfen. Und sowas wie eine Köcherfliege mal reinwerfen. Kasta mal reinwerfen. Eine Made reinwerfen. Also auch das durchaus möglich, hier zwischendurch auf Z-Fisch zu gehen. Dann allerdings, wie gesagt, mit kleinerem Haken. Schauen wir uns das Set mal eben an. Ist quasi wie folgt jetzt aufgebaut. Auf einer normalen Fieder- bzw. Winkelpickerroute. Wenn man sich sowas schon leisten möchte. Wie gesagt, sonst mit einer ganz normalen Fiederroute kann man sich hier hinstellen. Und dann geht es einfach, ja ich sag mal, relativ fein her. Ich habe hier das Vorfachsmaterial schon verwendet. Auch da kann man natürlich ein normales Fluorocarbon-Vorfach verwenden. Ungefähr in der gleichen Tragfähigkeit. Gar nicht so ganz dick da rangehen. 4, 5, 6 Kilo reicht komplett aus. Und dann natürlich einen Futterkorb dran mit Futtermische. Futtermische für Rotaugen. Denn wir gehen natürlich gerade auf Rotaugen. So, gerade nochmal eben gucken. Rotaugen-Futtermische ist ja auch schnell hergestellt. Rotaugen-Futtermische ist ja eine der Starter-Mischen. Also gar nichts Besonderes dran. Man könnte hier natürlich noch was weiteres reinmischen. Ich lasse das. Ich will ja auch günstig angeln hier. Der Fisch ist jetzt nicht so super ergiebig, dass wir hier dicke, fette Kohlen mitmachen. Sondern, dass das von der Kohle her, ich sag mal so, ganz gut ist. Für so eine Stunde. Und das teste ich natürlich auch gleich noch, wie das hier nach einer Stunde dann aussieht. Also, Futter mische rein. Zack, raus damit. Und dann wirken lassen. Perfekt. So, und wir stehen hier auf einem Map. Ach, Happy Hour hatte ich auch noch. Wir stehen hier auf einem Map. Oben an dem Bootsanleger sozusagen. An der Kaimauer. Und ballern hier in diese Area rein. Also, in diese Vertiefung. Das sind ungefähr so 15 Meter. Und man kann auch so ungefähr da hinten diesen Turm anpeilen. Wenn man so ziemlich genau immer in eine Richtung werfen will. Zack, dann hat man da zumindest so ein Ziel. Und trifft auch immer wieder den ähnlichen Spot. Man hat hier natürlich eine leichte Strömung drin. Von daher kann man auch die Futter mische immer oder vielleicht mal ein bisschen öfters wieder reinwerfen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr als die 10. Die treibt höchstwahrscheinlich ein bisschen weiter ab, die Futter mische. So, nochmal ein bisschen Rotaugen mische rein. Irgendwo ist, glaube ich, schon was dran. Ist ja, glaube ich, irgendwo gezubbelt. Nee, doch nicht. Ja, jetzt gerade ein bisschen Flaute in der Nacht. Ich bin gerade gespannt, wie das geht. Und ob das gleich wieder losgeht. So, Rotaugen mische rein. Auch hier raus damit. Die ganzen Routen sind geklippt auf 15 Meter. Das war da mit der Mische ungefähr einen Spot haben, den wir anfüttern. Ja, und dann ziehe ich jetzt erstmal noch ein bisschen durch. Ich bin gespannt, wie gesagt, was da jetzt noch reingeht. In Gänze bisher bin ich ja ganz zufrieden. Der erste hat ein bisschen gedauert hier und dann ging es aber auch Stück für Stück los. Und jetzt die letzten. Das war doch eine ganz gute Frequenz hier schon bis hin zur Trophy. Da geht aber bestimmt noch einiges mehr. So, und raus damit. Die Nacht ist rum und ich muss natürlich wieder ein bisschen testen. Das heißt, ich habe jetzt verschiedene Köder nochmal weiter dran gemacht. Zum einen die Borkenkäferlarve, die jetzt einmal dran ist und nochmal die Köcherfliegenlarve. Auch das muss natürlich getestet werden. Alles klassische Köder. Und hier auf der Köcherfliegenlarve geht schon der erste Brocken rein. Das Schöne ist, oder was das Wichtige ist, wir müssen natürlich gucken, dass wir dann die passenden Haken haben. Ich war jetzt gerade hier mit Einserhaken unterwegs. Sehr, sehr groß, um eben auch extra die großen Brocken zu triggern. Denn Rotaugen, wenn wir mal nach Gewicht sortieren, ich sage mal so bis hier hin, bis um die 500 Gramm. Da macht das dann quasi erst Sinn. Und da ist das auch kohlemäßig interessant. Die ganzen kleineren, die wollen wir gar nicht haben. Heißt also, wenn du gerade an irgendeinem Gewässer bist und irgendwo viele Rotaugen fängst und die sind alle so in dem Bereich bei 300, 400 Gramm, ist das fürs Rotauge leider ein bisschen zu lütt. Wenn wir da richtig Kohle mitmachen wollen und wie gesagt, mit dem Rotauge geht das. Da kann man echt gut Silber mitmachen, wenn die Frequenz einfach da ist. Dann sollten die aber auch wirklich 500 Gramm plus haben. Je höher am Trophygewicht, desto besser. Ist ja klar. Und deswegen teste ich jetzt hier gerade nochmal andere Köder für eine höhere Frequenz. Allerdings, wenn wir jetzt so wie hier gerade dann einen Sechserhaken verwenden und dadurch dann die kleineren Brocken haben, haben wir nichts gewonnen. Das heißt, wir verlieren dadurch natürlich wieder Köder und Futtermische und gewinnen quasi nur diese kleinen und nicht so richtig ergiebigen Rotaugen. Das ist ja nicht sinnig. So, das ist schon wieder was ganz anderes. 700 Gramm schmeckt. Jetzt hier gerade auf Köcherfliegenlarve und Viererhaken. Auch eben eine Möglichkeit, woran sehe ich das, welchen man verwenden kann. Einfach mal bei den Köder hier über das I halten. Und da steht dann auch dran, von winzig, also von Hakengröße winzig bis groß vier. Und hier dementsprechend halt den größten Haken verwendet, damit wir eben auch nur die dicken Rotaugen hier bekommen. Ja, und ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, die Köcherfliege, die macht's. Die Köcherfliege ballert hier am besten rein. Auch wenn da nicht zwingend, ach ne Güster, auch wenn da nicht zwingend die ganz ganz dicken reingehen. Denn wir haben ja natürlich jetzt hier keinen Einserhaken mehr. Aber das Durchschnittsgewicht ist doch echt gut. Und vor allem ist die Frequenz gut und das ist eben wichtig. Ich hab jetzt gleich die halbe Stunde voll. Dementsprechend werde ich jetzt gleich mal schauen, wie das Ganze aussieht im Café bzw. im Fischmarkt. Wie viel Kohle denn das Ganze gebracht hat für die halbe Stunde. Was schon mal richtig geil ist, wie gesagt, mit der Köcherfliege. Gute Frequenz. Oh, der ist abgehauen. Gute Frequenz. Ich hab mittlerweile nur noch eine Futtermische drin. Also an einer Rote die Futtermische, dass das hier nicht zu überfüttert wird. Und ja, gib ihm. Schön einen nach dem anderen rausziehen und dann passt das im Großen und Ganzen schon. Ich würde sagen, wir gucken mal eben, was das Ganze kohlemäßig gebracht hat. Also schauen wir mal eben rein hier in den Fischmarkt. Und wenn wir hier nach Preisen sortieren, sehen wir, klar, so eine Trophy für einen Zehner ist natürlich ganz nett. Übrigens gibt es auch ein Achievement. Lasse 10 Trophies frei und eine Super Trophy. Also dieses Achievement oder diese zwei Achievements kann man natürlich auch mit Rotaugen ganz gut absolvieren, wenn man sich sagt, okay, komm, die 10 Silber für so ein Achievement kann ich da mal drauf verzichten. Ähm, ansonsten seht ihr hier alles so um die, ja, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Silber. Und dann nimmt es langsam ab, zweieinhalb. Und irgendwo bricht es dann natürlich auch wirklich ein, wo man sich dann denkt, okay, das lohnt dann wirklich nicht mehr. Unter zwei Silber dann hier, ähm, wenn die dann auch, ja, hier an der Grenze sind, ne. 500 Gramm ist immer noch knapp über zwei Silber für einen so ein Fischi und dann nimmt es aber ab. Alles in allem sind wir jetzt hier gerade bei 78 Silber. 78 Silber für eine gute halbe Stunde ist soweit okay. Ähm, es gibt natürlich auch immer noch Kaffeeaufträge, die auf jeden Fall auch immer mit im Blick behalten. Ähnlich wie auch dann am Belaya zum Beispiel, wenn man da, ähm, diese Kaffeeaufträge absolviert. Hier und heute jetzt gerade nicht da drin. Also, weitermachen. Ich zieh noch ein bisschen raus. Dann sind wir jetzt, wenn wir hochrechnen, auf rund 140 Silber für die Stunde. Passt. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gern einen Daumen da lassen für den Kanal. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Petri. euu. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.